Das Ding ist voll, zieht es hoch. Und Lola, sieh zu, dass dieses Seil ersetzt wird. Summfranken sind am stärksten. Keine Sorge, das geht. Darf ich vorstellen? Meine Schwester. Sie hat alles im Griff. Es war gerade noch Zeit, die Dorfbewohner in den Krater zu holen. Ich hoffe, dass unsere Vorräte reichen. Wir sind eine ziemlich große Familie geworden. Keine Sorge, sag ich dir. Faddle ist hier. Es wird alles ganz Muku-Schu-Schu. Das bedeutet fantastisch in Japan-Sprache und ist doch der Name meiner neuesten Erfindung. Ein ewig haltender Energie-Kaugummi. Wollt ihr? Smuku-Schu-Schu? Patritsch-Sperren-Steinpilz-Geschmack. Danke, Faddle. Wollt ihr nicht probieren? Es hat alle Nährstoffe, um einen ganzen Tag rumzuelfen. Äh, vielleicht nachher, Faddle. Ja, weißt du, wir haben da wieder ein rätselhaftes Orakel. Und das hat Vorrang. Durch den König verfügt. Oh, na, dann solltet ihr euch wohl lieber beeilen, hm? Ja, das Orakel von heute... Psst! Noch mehr Abhörkäfer? Ich denke nicht, nein. Aber lasst uns vorsichtig sein. Man kann nie wissen. Also, das Orakel. Der starke Baum schützt den Schatz an diesem Ort. Was verloren war, ist nicht für immer fort. Der starke Baum. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo die Nachtranken noch nicht gewachsen sind? Ich hab das Gefühl, sie wachsen längst überall. Außer hier im Krater. Wartet. Auf dem luftigen Baumberg im Blumenthal wächst noch nichts. Hat Cookie gesagt. Ja, und der goldene Herbstbaum wächst auf der Spitze. Das muss der starke Baum sein. Denkt ihr, es gibt einen Grund dafür, dass sie dort noch nicht wachsen? Du meinst sowas wie ein Herzkristall? Finden wir es raus. König Moor! Oh-oh. 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 Niemand will meinen ewig haltenden Energie-Kaugummi probieren. Ich wollte schon, aber Shiva sagte lieber nicht. Seht ihr, sie glauben nicht, dass es funktioniert. Na ja, also... Deine Erfindungen sind genial, aber sie... Nichts für Unguts. Funktionieren nie so, wie du es versprichst. Aber es ist patrisch-schweren Steinpilz-Geschmack. Okay, Faddle. Ich bin dabei. Schmeckt wie... Chili! Und was ist daran falsch? Chili schmeckt mir, aber ich kann nicht kauen, ohne dass mir die Zähne abbrechen. Es ist extrem hart. Hart wie ein Stück Eisen. Autsch! Na, das ist doch gut. Eisen hält ewig, oder nicht? Herzlichen Glückwunsch, Faddle. Oh, Kruzelschnutz. Verlieren wir keine Zeit. Hey, ich weiß. Noch mehr Zucker, das macht es weicher. Oh nein! Oh-oh. Ist alles in Ordnung? Oh, nein! Wir machen doch noch... Oh, Moment!